Halli hallo und da sind wir auch wieder mit Let's Battle Minecraft So, ich habe jetzt extra mal die ersten 5 Folgen vorab gedreht Die sind jetzt immer noch vor, also ich bin jetzt zwischendrin noch in ein Update gekommen von 1.10 Ne, oder da noch eine 0 dazwischen halt Und dann ja ok, jetzt kommen wir mal zu den Themen Ich habe mir überlegt ob wir dann, es gibt 2 oder 3 Möglichkeiten wo wir machen können Entweder wir machen hier weiter, auf unserer coolen Map, wo ich eigentlich cool finde Wo wir dann Let's Battle Solo machen, wo ich dann hier alles euch zeige und so Wo ihr erklärt schon, wo ihr in den Kommentaren posten könnt, was wir machen sollen und so weiter Oder wir machen also die 2. Möglichkeit Let's Battle Together Wo ich und noch ein paar andere Dann ist es dann halt eine andere Map, wo wir dann darauf zocken Und dann komplett alles so zusammen aufbauen, Stadt und alles Oder die 3. Möglichkeit ist, wir machen einfach alles zusammen Weil das denke ich wird auch glaube ich, wird dann auch so geschehen Soja, das war's jetzt eigentlich schon Ah, noch eine Sache Bei der Folge, wenn die 100 Likes bekommt, also dass es euch gefällt Dann wird das hier auch fortgesetzt, zwar wenn nicht, dann sehe ich schwarz für die nächsten Folgen Aber ihr habt dann genug Zeit um das zu tun, also euch dafür zu entscheiden Also, ich verabschiede mich jetzt schon mal jetzt, falls wir dann keine mehr machen Schade, war ne schöne Zeit mit euch, fünf Folgen Aber bis dahin, tschüss Und dann geht es euch jetzt 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 Vielen Dank.